Das Leben in der DDR. Ein Alltag zwischen Pioniernachmittagen, Brigadetreffen und offiziellen Massenveranstaltungen. Das FDJ-Leitersein hat mir schon ein bisschen gestunken. Doch es gab auch tiefe Freundschaften. Die Familie, die immer zu einem hielt. Das war eine ganze Selbstverständlichkeit, dass eine Familie leben da, dass Kinder da waren, dass man zusammenhielt. Und jede Menge Spaß, zum Beispiel Urlaub. Den verbrachte der DDR-Bürger vor allem im eigenen Land. Ja, die Ostsee, das war schon was. Am Strand ließ man am liebsten gleich die Höhlen fallen. FKK gehörte ganz selbstverständlich zum Urlaubsvergnügen. Ich mag das nach wie vor. Ich finde FKK geil. Der Sommer war die Zeit der Ferienlager. Auch die gehörten zur Kindheit in der DDR. Das ging mit Nachtwanderungen los, wo ein paar Spukeinlagen mit organisiert wurden, Neptunfeste wurden gemacht. Seegurke Drehrumbum bin ich gewesen. Er liebte es, nackt zu sein. Hobbyfilmer Helmut Pöschel aus Sachsen-Anhalt war begeisterter FKK-Anhänger. Wie viele tausend andere DDR-Bürger auch. So oft er konnte, fuhr er im Sommer an die Ostsee. Ja, das war ein sehr schönes Gefühl. Diese Nacktheit und die frische Luft. Da oben war auch dieses Chemiekombinat Bitterfeld weit weg und diese Dreckschleudern. Am FKK-Strand in Markgrafenheide lernt Hobbyfilmer Pöschel 1983 Jana de Boerkin. Die war damals 20 und sie wird ihr Lieblingsmodel. Zwischen beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Die hält bis heute, 30 Jahre später. Die Bilder aus alten Tagen lassen so manche Erinnerungen wieder aufleben. Wie du damals ausgesehen hast. Nach 30 Jahren. Nach 30 Jahren. Ja, es waren lustige Zeiten. Ein bisschen ein Hauch von Freiheit. Ich habe da gesagt, Jana, wenn du mal 80 wirst und siehst dann die Aufnahmen, wirst du glücklich sein. Jetzt sind wir ja schon 30 Jahre später. Bin schon glücklich. Jana de Boer zeigte ihren nackten Körper damals gern. Also so ein Schamgefühl in der DDR, fand ich, hatten wir alle nie. Also es war schon ziemlich großzügig. Im Nachhinein als Erwachsener betrachtend. Und wir waren jung, wir waren verrückt. Klar, wir wollten was erleben und wir durften ja nie raus. Und das war halt so das Einzige, wo wir halt unseren Urlaub verbrachten. Und einfach verrückt sein, wie normale Jugendliche in dem Alter halt so waren. Seine Nacktfilme machten Helmut Pöschel schließlich in der gesamten Republik berühmt. Und es sprach sich rum, dass wir solche Filme haben. Unser Programm hieß damals Schönheit, Sex, Satire. Und man hat dann Hackebäder bestellt, ein Fassgurken und Brot und Brötchen. Und dann sah man die Filme, noch ein Kasten Bier. Und das war so eine kulturelle Veranstaltung. Ob das nun in der LBG war oder in irgendeinem Betrieb. Anfang der 60er Jahre war es noch verpönt, sich hüllenlos am Strand zu zeigen. Es gab sogar ein offizielles Nacktbadeverbot der Volkspolizei. Doch das änderte sich. 1978 waren entlang der Ostseeküste zwischen den Inseln Pöhl und Usedom über 50 Kilometer für die Freunde der Freikörperkultur freigegeben. Es war so ein bisschen die kleine Freiheit, die der Staat wohl geduldet hat, um den Leuten die ganz große Freiheit, die wirkliche politische Freiheit, enthalten zu können. Ja, das war das Glück des Sommers, denke ich mal. An die Ostsee sind sie fast alle gefahren. Da waren wir dann relativ frei und frei von Zwängen. Das hat sich dann wahrscheinlich auch im FKK halt wiedergespiegelt. Ja, aber es war halt eine Ecke, wo man sich auslassen konnte. Wir sind so geboren. Der Herrgott hat uns so geschaffen. Und wir haben nichts zu verbergen. Und deswegen, ich mag das nach wie vor. Ich finde FKK geil. Auch im FKK, es sind ja nicht unbedingt Schönheiten, die da rumgelaufen sind. Die in ihrem vollen, mit allem drum und dran. Aber ich fand das toll. Doch nicht alle fanden am Nacktsein gefallen. Ich fand das ganz schrecklich. Ich habe irgendwie, ich habe, erstens, wir waren befreundete Familien. Da waren halt zum Beispiel, waren da auch Jungs dabei. Und desto halbwüchsiger man wird, desto weniger will man sich halt den Jungs aus den anderen Familien natürlich nackig zeigen. Aber ich habe sowieso irgendwie immer ein Problem gehabt mit diesem nackig da rumrennen und nackig Volleyball spielen und nackig auf dem Surfbrett stehen. Also meine Eltern haben diese FKK-Bewegung mitgemacht, ja. Also ich nicht so. Mir wuchsen gerade Haare unten und man war in der Pubertät. Und sie waren der Meinung, ich müsste doch jetzt offen und frei sein. Und mein Vater hat mir die Badehose damals ausgezogen im Wasser. Und ich erinnere mich, dass ich mindestens zwei Stunden im Wasser war und meine Eltern draußen saßen und immer gerufen haben, komm doch raus, komm doch raus, ich schäm dich nicht. Aber ich war im Wasser und war so lange drin, bis sie mir die Badehose wieder reingeschmissen haben und ich dann mit Badehose rausgekommen bin. Wir waren auch als Sportler da in Trainingslagern am FKK. Da haben dann die Skispringer da am Strand nackt ihre Dehnungsübungen gemacht und so weiter. Und da stehen natürlich dann auch die Zuschauer dann zum Teil ein bisschen rum und gucken da, wie Skispringer breitweinig im Sand stehen. Die Ostsee war das beliebteste Urlaubsziel der DDR-Bürger. Unterkünfte waren rar, besonders in der Hauptreisezeit. Deshalb zog es immer mehr Camper in den Norden der Republik. Ingrid und Peter Wagner aus Dresden zelteten in Leusin am Greifswalder Bodden. Rund zwei Ostmark zahlten sie für einen Platz pro Tag. Das war manchmal schwierig, dass da Wartburg nicht aufgesessen hat hinten. Klappfix, Softbretter auf dem Dach, Kinder waren noch oben drauf. Mit sämtlichen Konservenbüchsen, die man so im Laufe der Zeit zusammengesammelt hat, dann wurden die Sachen, die man so brauchte und Decken und fürs Camping, also Schlafdecke und so weiter und obendrauf, weil wir morgens um vier oder eher los sind, die Kinder flachgelegt. Also gab es ja keine Autositze oder solche Vorschriften. Und dann wurde losgefahren, damit wir rechtseitig oben sind und einen relativ guten Platz hatten. Die ersten Ostseekamper kamen in den 50er Jahren und schlugen ihre Zelte ohne Erlaubnis wild auf. Sanitäre Anlagen und Strom gab es nicht, doch die Camper ließen sich nicht abschrecken, kamen wieder, Jahr für Jahr und wurden geduldet. 1954 waren es 10.000, 1970 schon rund eine halbe Million. Camping wurde in der DDR zur Massenbewegung. Wenn man gut war, dann hat man ungefähr ein Jahr vorher schon seinen Zeltplatz klargemacht. Wir waren nicht gut, wir haben also auch oft schwarz gezeltet. Auch das war ein Stück Freiheit. Aber zu schaffen, dass man nicht kontrolliert wurde und wenn man kontrolliert wurde, sein kleines Zelt dann an anderer Stelle abends wieder irgendwo anders aufzubauen. Die Kinder sind im Zelt groß geworden, haben die Natur kennengelernt. Also das waren schon schöne Zeiten. Und das wimmelte nur so von Menschen, dass man hatte, der eine hatte das Besondere zu essen mit, der andere hatte was anderes mit, da saß man abends beisammen. Die Flasche kreiste, wenn die Kinder dann schliefen. Und das war also eine Gemeinschaft, das war schon toll. Im Sozialismus reiste man auch staatlich organisiert. Der größte Reiseveranstalter der DDR war der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, kurz FDGB. Die Urlaubsplanung begann mit einem Antrag in Betrieb. Für viele Familien war es wie ein Fünfer im Tele-Lotto, wenn sie einen Platz ergatterten. Denn es bewarben sich immer mehr Kollegen, als es Plätze gab. Wir können es ja ausrechnen, ich weiß jetzt nicht, wie groß unsere Belegschaft damals war. Und es gab nur diesen einen Platz. Also der war heiß begehrt. Ich habe es in zehn Jahren gepackt, den zweimal zu kriegen. Und wenn man ihn einmal gehabt hatte, über 14 Tage, dann musste man wieder einige Jahre warten, bis man wieder einen bekam. Und dann konnte man, weiß ich was, im kalten Novemberregen irgendwie auf die Spitzen des Thüringer Waldes fahren, um auf dem Rennsteig zu wandeln oder so. Das war dann möglich. Wer sich gesellschaftlich engagierte oder für seine Arbeit ausgezeichnet wurde, hatte größere Chancen auf einen Urlaubsplatz. Die Plätze wurden von der sogenannten Ferienkommission jedes großen VEB vergeben. Begehrt waren vor allem die Heime in der Sächsischen Schweiz oder an der Ostsee. Ja, die Ostsee, das war schon was. Ich habe zum Beispiel in einem FDGB-Heim in Binz Urlaub gemacht mit unserer Familie. Es war alles sehr spartanisch. Aber entscheidend war, wir hatten ein schönes Zimmer und wir waren an der Ostsee. Massenurlaub in einem der FDGB-Heime war beliebt, weil ihn sich jeder leisten konnte. Die Urlauber mussten einen sogenannten Feriencheck erwerben, der für einen bestimmten Zeitraum und ein bestimmtes FDGB-Heim galt. Dafür zahlten sie einen am Einkommen orientierten Preis. 13 Tage kosteten in der Regel zwischen 30 und 100 Mark. Luxus und Komfort durften die Urlauber aber nicht erwarten. Da wir die Jüngsten waren, mussten wir fünf Kilometer laufen, um zum Essen zu kommen. Wir haben also wirklich unser Zimmer am anderen Ende des Ortes bekommen. Naja, wir haben uns nicht schon um fünf an das Abendbuffet angestellt. Wir sind dann erst um sechs oder halb sieben gekommen. Dann haben wir immer nur die Reste bekommen. Was vielleicht noch ein Kuriöse war, diese Verpflegung. Das war ja alles organisiert in zwei Durchgängen. Also du hattest dort wirklich feste Essenszeiten. Und wehe, du warst dort nicht da, du warst noch in der ersten Belegung. Da haben schon die Nächsten dann hinter dir gestanden und gewartet, dass die fertig wurden. Denn die wollten ja auch ihre Mahlzeit einnehmen. Man durfte keine großen Ansprüche stellen. Also ich würde sagen, wenn einer von, na wollen wir gar nicht sagen, von drüben hier zu uns rüber geht, die hätten sich damit nicht abgefunden. Das wäre nicht geworden für die. Der große Traum der meisten DDR-Bürger war im Urlaub im Ausland. Doch für die meisten blieb es auch einer. Wenn überhaupt durfte man nur in die sozialistischen Bruderländer. Also der Urlaub in Polen, das war schon für uns was Besonderes. Da sind wir 17 Stunden sind wir mit dem Trawand nach Polen gefahren, an die polnische Ostsee. Dementsprechend wie der Verdienst auch war, konnte man sich dann natürlich auch Urlaub in Bulgarien und Rumänien leisten. Man bezahlte damals für Flug und 14 Tage pro Person 1.000, über 1.000 Ostmark. Und das war natürlich eine stattliche Hausnummer, wenn man bedenkt, dass eine Verkäuferin 390 Ostmark verdient hat. Am Sandstrand in Bulgarien lernte die damals 21-jährige Ilona Lischke Inge aus Düsseldorf kennen. Die machte mit ihrer Ostcousine in Bulgarien Urlaub. Und da kamen wir ins Gespräch mit meiner Freundin. Ja, und so hat sich das dann ergeben. Und somit waren wir die drei Tage zusammen. Meine Freundin hat uns erzählt, es wäre doch ganz nett, wenn wir abends sie besuchen würden in ihrem Hotel und wir ein Säckchen trinken und uns da einfach einen schönen Abend machen. Der Komfort der Westhotels war für Ilona Lischke aus dem Ostharz und ihren damaligen Mann eine ganz neue Erfahrung. Ich war also das erste Mal in einem Westhotel. Die Hotelzimmer waren toll und da war eine tolle große Terrasse. Man hatte also vom Zimmer aus einen Blick aufs Meer. Ja, wir in unserem Bungalow. Das war natürlich sehr einfach eingerichtet und da standen zwei Nachtschränkchen und zwei Betten. Zum Schlafen hat es gereicht. Ich habe das empfunden, wie bei uns im Westen Baracken aussehen. Ich hätte so nie Urlaub gemacht. Aber das gab es auch im westlichen Ausland nicht. Solche Dinge. Luxus war den westdeutschen Feriengästen vorbehalten. Viele DDR-Urlauber fühlten sich im Ausland wie Gäste zweiter Klasse. Die harte D-Mark zählte in den sozialistischen Bruderländern mehr als die DDR-Alu-Chips. In Ungarn, also Gaststätten oder Restaurants, da standen die Kellner vor und die konnten uns nicht unterscheiden von den Westdeutschen und haben dann einfach frech gefragt, ne, D-Mark. Und nein, dann blieben wir draußen. Sicher haben die DDR-Leute, wenn sie Urlaub gemacht haben, immer das Gefühl gehabt, dass Westdeutsche, die am Ballaton Urlaub machten, die Könige waren. 18 Tage Urlaub standen jedem DDR-Bürger im Jahr zu. Und die schönste Zeit des Jahres ging schnell vorbei. Eine Zeit, in der man ausbrechen konnte aus dem eintönigen, ideologisch geprägten Alltag. Die Gesellschaft bombardierte den Einzelnen ständig mit Anforderungen. Politischer, ideologischer, gesellschaftlicher Art. Gerade wer irgendwie ein kleines bisschen Karriere machen wollte, von dem wurde das erwartet, dass er dies macht und jenes macht. Parteiarbeit, ehrenamtliche Tätigkeiten in diversen Organisationen und Sportgemeinschaften. In einer sonst überorganisierten Gesellschaft bot die Familie emotionale Geborgenheit. Auch für Familie Bosse aus dem thüringischen Nordhausen hatte das Privatleben höchste Priorität. Ich bin ja nun in der Zeit groß geworden. Wir sehen da auch nichts Besonderes. Das war eine ganze Selbstverständlichkeit, dass eine Familie leben da, dass Kinder da waren, dass man zusammenhielt. Das war eigentlich nicht das Gefühl, was jetzt hinterfragt werden muss oder so. Das waren alle Selbstverständlichkeiten. Das hat sich auch bis heute erhalten. Unsere Familie, wir treffen uns sehr oft. Und ich muss sagen, wir haben ein gutes Zusammenhalt. Warte, da müssen die auch noch mit drauf. Ach, das ist das doch. Der heute 88-Jährige Karl Heinz hat die Familie sein Leben lang gefilmt. Vor allem private Ereignisse hat er auf 8mm Kamera festgehalten. Die Bosses standen für das DDR-Familienideal. Ein Ehepaar und zwei Kinder. Doch während der SED-Staat versuchte die Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten zu formen, erzogen Karl Heinz und Hildegard ihre Kinder mit viel Nachsicht. Ja, ich erinnere mich eigentlich sehr gerne an meine Kindheit. Und meine Eltern waren eigentlich auch so offen, dass ich auch oft Kinder mit in die Wohnung nehmen durfte. Und so langeweile gab es eigentlich bei uns nicht. Was ich noch hervorheben möchte, was ich in Erinnerung habe, dass unsere Eltern sehr tolerant mit uns waren. Auch in der Zeit der Pubertät, als es ein bisschen schwierig wurde und danach, ich durfte eine Freundin über Nacht mitbringen. Du durftest irgendwie weg. Man hat uns vertraut. Die haben ins Kino geschickt und wir haben Party gefeiert. Das war eigentlich damals, das wäre vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, das durften nicht alle. Aber wir haben es auch, das Vertrauen gerechtfertigt, muss ich sagen. Natürlich war die Familie in jeder Beziehung auch ein Rückzugsraum, ein Fluchtpunkt, ein Refugium für die Einzelnen. Und ein wesentlicher Punkt eben dieses berühmten Rückzugs ins Private. Das ist auch einer der Punkte, warum sich die Menschen heute so gerne an die erinnern. Man gestaltete sich dieses Familienleben auch sehr, sehr schön. Die Familie bot Geborgenheit und Vertrauen. Hier konnte man offen reden, Meinungsfreiheit, wie es im öffentlichen Leben nicht gab. Es ist ja nicht umsonst, dass dieses schöne Lied, die Gedanken sind frei, in der DDR auch so gern gesungen wurde. Es bleiben dabei, die Gedanken sind frei. Das war eine Nische für uns. Und dort konntest du eigentlich Gedanken äußern, die du, wenn du die Tür aufgemacht hast und rausgegangen bist, nicht geäußert hast. Auf jeden Fall war es so, dass meine Eltern mich halt immer gebrieft haben, dass ich draußen natürlich nichts sagen darf. Zum Beispiel, dass wir halt Westfernsehen gucken und zwar ausschließlich. Und dass meine Eltern natürlich auch nicht besonders gut über die DDR gesprochen haben. Ich habe mich auch mal in meiner Kindheit oder Jugend zu Aussprüchen hinreißen lassen, wo meine Eltern an der Schule vorstellig wurden. Also ich habe zum Beispiel gesagt, nach dem Bau der Mauer in der 9. Klasse, die DDR ist eine Mausefalle, man kommt rein und nicht wieder raus. Und mein Vater hat immer gesagt, du musst unterscheiden. Und das finde ich das Schlimmste, was man Kindern antut, eine Doppelzüngigkeit anzuerziehen. Getreu unserem Gruß bin ich für Frieden und Sozialismus immer bereit. Kaum ein DDR-Kind konnte dem Sozialismus entfliehen. Gleich in der ersten Klasse musste es in die staatliche Pionierorganisation eintreten. Jetzt gehörten blaues Halstuch und Fahnenappell der jungen Pioniere ebenso zum Schulalltag wie Pioniernachmittage. Auch bei der liberal eingestellten Familie Bosse war das nicht anders. Als unsere Kinder dann so alt gewesen sind, naja, dann war das auch so, da sind die eben alle Pioniere geworden. Und das weiß ich noch ganz genau, als meine Tochter Pionierin geworden ist, da hat sie in ihr Tagebuch geschrieben. Sie war eben ganz gut in der Schule und hat dann geschrieben, heute war ein besonders schöner Tag, ich durfte die Fahne anfassen. Die dahinterliegende politische Absicht, nämlich Kinder frühzeitig an den Start zu binden, das ist für viele Kinder, glaube ich, gar nicht so offensichtlich gewesen. Man singt gemeinsam, man bastelt etwas gemeinsam, man macht etwas gemeinsam und das gibt ja auch ein schönes Gefühl. Komm, wir malen eine Sonne auf den grauen Pflasterstein und wir laden alle Kinder aus dem Haus dazu ein. Das war das mit dem blauen Halstuch, das war ganz toll, da war man ganz stolz. Also ich war ganz stolz. Ich hatte auch am allerliebsten einen Käppi und einen Pionierrock gehabt, aber das haben meine Eltern mir versagt, weil die halt irgendwie nicht die beste Einstellung zu diesem System hatten. Also an Fahnappelle kann ich mich erinnern, aber auch nur, weil ich am 16.4. Geburtstag habe und das war der Geburtstag von Ernst Thelmann. Und da gab es natürlich früher immer Appell. Und da wurde ich ihm oft vorgerufen. Am Anfang war das doch schon ganz cool, vor die ganze Schule zu treten und mit Ernst Thelmann Geburtstag haben. Heute erinnert sich da keiner mehr dran. Also jeder Mensch in der DDR kennt, glaube ich, das Lied Soldaten sind vorbeimarschiert im gleichen Schritt und Tritt. Wir Pioniere kennen sie und laufen fröhlich mit. Also das hat sich eingefräst und ich kann aber trotzdem sagen, dass wir das nie ernst genommen haben. Also auch als Kinder, wir haben das immer irgendwie, wir haben gedacht, ja, hey, das singen die jetzt alle und da singen wir eben mit. Aber es ist tief drin im Hinterhirn, aber ernst genommen habe ich das wirklich nie. Aus Pionieren wurden schließlich Mitglieder der Freien Deutschen Jugend, kurz FDJ. Mit 14 Jahren trat man der staatlichen Massenorganisation bei. Doch mit der Pubertät verschoben sich oft auch die Interessen der Jugendlichen. Was bei den Pionieren noch Spaß machte, nervte viele in der FDJ. Das FDJ-Leiter-Dasein hat mir schon ein bisschen gestunken, weil wir gezwungen waren, irgendwelche Demonstrationen mit dem Blauhemd zu absolvieren. Und das haben wir uns dann irgendeine Stofftüte mitgenommen zur Demonstration. Und kurz bevor wir dann uns an dem Sammelpunkt trafen, haben wir das angezogen. Und kaum war die Demonstration zu Ende, haben wir es wieder eingepackt und so. Einige. Ich habe mich geniert für dieses Ding, ja. Ich erinnere mich, ich hatte mal eine Jeans so zerschnitten und mir zerfetzt. Und habe zu dieser Jeans, zu einem Fahnenappell, halt die FDJ-Bluse dann angezogen. Und der Direktor hat mich nach Hause geschickt und hat gesagt, ich soll mir eine ordentliche Hose anziehen. Das ist unter aller Sau. Und ich musste gehen und musste mir eine ordentliche Hose anziehen. Und der hat es dann echt auch kontrolliert. Trotz Kontrolle und Zwang, die meisten Jugendlichen traten ganz automatisch ein. Und in die FDJ einzutreten, hat irgendwie dazugehört. Ich bin Jahrgang 66 und ich war bestimmt nicht irgendwie der Revoluzzer. Ich war immer sehr kritisch und habe versucht, habe das FDJ-Temd auch nie gern angezogen. Aber ich wollte studieren, ich wollte meinen Weg gehen. Und da habe ich mir gedacht, machst du das mal mit. Palast der Republik, heute Vormittag, 9 Uhr. Herzlicher Beifall von 4.000 Abgesandten, der 2,3 Millionen Mitglieder der FDJ, für den Generalsekretär des ZK der SEB und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker. Es wurde natürlich ab und an auch mal über politische Themen gesprochen. Das war angesagt, das ist klar. Ja, das war dieser Staat. Und dieser Staat hat natürlich auch versucht, bestimmtes Gedankengut an dich reinzutragen. Die Frage war immer, wie intelligent warst du und wie gebildet auch von zu Hause aus. Deswegen war privat wichtig, mit diesem Ding umzugehen. 1985 hatte die FDJ etwa 2,3 Millionen Mitglieder. Das waren etwa 80 Prozent aller DDR-Jugendlichen zwischen 14 und 25. Nur wenige Jugendliche, meist aus christlichen Familien, entschieden sich gegen die Massenorganisationen. Wenn ich in der FDJ war, hatte in der Regel Schwierigkeiten, überhaupt das Abitur machen zu dürfen in der DDR. Und vom Abitur wiederum hing ab, ob man studieren durfte. Ein Kollektivzwang war auch das größte Ereignis im Leben eines Jugendlichen. Die Jugendweihe. 1954 wurde die Jugendweihe per Beschluss des Politbüros der SED eingeführt. Mit 14 Jahren wurden die Teenies auf einer Festveranstaltung offiziell in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Bei mir ging es darum, ein Fest zu haben, Geld zu bekommen, sich ein Moped oder ein Radio zu kaufen. Vor dem großen Fest gab es aber noch eine besondere Herausforderung. Die perfekte Kleidung aufzuteilen. Also das große Ziel war halt nicht, das anzuziehen, was die anderen anhaben. Und die Gefahr war immer groß, dass halt andere, wenn du von einer Stange gekauft hast oder in die Jugendmode gegangen bist oder so, dass andere das halt auch anhatten. Es ging ja immer dann darum, trägt man Krawatte oder nicht. Die Krawatte war für mich zu steif. Ich hatte dann irgend so ein Tuch im Hemd drin. Also ich glaube, ich kam mir auch ganz lässig vor. Ich kann mich erinnern, ich hatte zur Jugendweihe hellblaue Frauenschuhe an, weil es keine anderen gab. Und die hat meine Oma mit mir in Chemnitz gekauft, in einem Schuhladen. Ich hatte immer das Glück, dass ich eine Oma im Westen hatte. Und ich habe mir roten Samtstoff schicken lassen und mir aus diesem roten Samtstoff eine Knickebockerhose nähen lassen. Und ich erinnere mich, dass ich zur Jugendweihe das allererste Mal so richtig betrunken war. Nach Schul- und Berufsausbildung heiratete man in der DDR früh. In der Regel mit Anfang 20. Ein wichtiger Grund dafür, die Ehe war der einfachste Weg von zu Hause auszuziehen. Sie mussten ja verheiratet sein, wenn sie eine Wohnung haben wollten, wenn sie ein Haus bauen wollten. Das war die Voraussetzung. Ja, wir hätten vielleicht noch gewartet mit dem Heiraten. Wir waren ja beide erst 21. Um Anreize für möglichst frühe Eheschließungen und Geburten zu schaffen, umwarb die SED-Regierung junge Paare mit großzügigen Ehekrediten. Anfangs wurden 5000, später dann 7000 Mark gewährt, wenn man bei der Eheschließung jünger als 26 war. Dieser Ehekredit konnte, wenn Kinder geboren worden sind, dann sogar abgekindert werden, wie es hieß. Also pro Kind bekam man Geld aus diesem Ehekredit erlassen und nach dem dritten Kind sozusagen war der Ehekredit dann abgekindert und musste nicht mehr zurückgezahlt werden. Geheiratet wurde meist ohne großen Firlefanz auf dem Standesamt. Das weiße Brautkleid aber durfte trotzdem nicht fehlen. Es war jetzt, als ich 1984 geheiratet habe, gab es noch zwei Hochzeitskleider zur Auswahl. Nimmst du das oder das? Die waren alle beide blöd aus. In dem Film, die Legende von Paul und Paula, wird ja auch eine kurze Hochzeitszeremonie mit meiner ersten Frau, mit der Wenzel, gezeigt. Das war würdiger als meine eigene Hochzeit. Also wenn wir da aus der Kirche rauskamen und Blumen und die ganzen Rituale, die eine Frau sich vielleicht wünscht. In der DDR war das bei mir, bei der Hochzeit und meiner Frau ganz spartanisch. Also die Hochzeitsfeier, nachdem diese jämmerliche Standesbeamtenzeremonie da absolviert war, sind wir dann zu Hause in diese anderthalb Zimmerwohnung meiner Mutter gegangen. Und da war es auch ziemlich jämmerlich, weil ich glaube nur sechs oder sieben Gäste, Kollegen von mir eingeladen waren. Es war nichts Besonderes. Es war ganz jämmerlich eigentlich. Also ich geniere mich heute noch dafür. Aber so war es nun mal. So schnell und unbürokratisch, wie man sich in eine Ehe stürzen konnte, kam man auch wieder heraus. Die DDR war Scheidungsweltmeister. 1980 wurden rund 31 Prozent aller Ehen geschieden. Während Karl-Heinz und Hildegard Bosse seit über 50 Jahren verheiratet sind, brauchte Sohn Gerd drei Anläufe, bis er die richtige fand. Und er weiß, wie einfach eine Scheidung in der DDR war. Heiraten ging sehr schnell, man hat Vorteile bekommen, aber Scheiden ging noch schneller. Das war eine halbe Stunde nach dem Gericht, dann musste man glaube ich 150 Mark damals bezahlen, Ostmark und dann war alles erledigt. Ja, die DDR hatte ein sehr modernes Familienrecht, was auch ein sehr modernes Scheidungsrecht beinhaltete. Also zum einen war es für Frauen sehr leicht, sich von Männern zu trennen und das war ja in den 60er und 70er Jahren im Westen durchaus nicht gesellschaftlicher Standard. Zum anderen kostete eine Ehescheidung auch nicht allzu viel. Leicht wurde den jungen Paaren auch das Kinderkriegen gemacht. Seit 1972 zahlte der Staat bei der Geburt jedes Kindes eine Beihilfe von 1000 Mark. Das war eine staatliche Maßnahme zur Förderung des Kinderkriegens. Also die DDR machte sich natürlich zunehmend Sorgen, dass, wie es ja heute auch der Zustand ist, dass viel zu wenig Kinder geboren werden. Und dass man in Zukunft mal zu wenig Werktätige hat und zu wenig Soldaten der Nationalen Volksarmee. Und da hat man das eben mit solchen Maßnahmen zu befördern gesucht. Es hat auch funktioniert. Frauen konnten seit 1976 für das zweite Kind ein bezahltes Babyjahr nehmen. Und die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz wurde garantiert. Viele junge Mütter nutzten die soziale Sicherheit. Als ich damals meinen Sohn bekam, ich war 21, im Krankenhaus, die Frauen, mit denen ich zusammen war, die waren im Durchschnitt 17, 18, 19 beim ersten Kind. Ich war 21, ich weiß das noch, ich war die Älteste auf der Wochenstation. Die junge und vor allem werktätige Mutter war das sozialistische Frauenideal. Manche Frauen kehrten schon sechs Wochen nach der Entbindung wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Einfach Hausfrau sein, das gab es in der DDR so gut wie nicht. Und Hausfrauen wurden auch als etwas dümmlich zurückgebliebene, eingeschüchterte Wesen dargestellt, die also nichts mit einer selbstbewussten, modernen Frau gemein hatten. Das war einfach so. Man hat nicht drüber nachgedacht, ob man jetzt zu Hause bleiben wollte oder sollte. Natürlich gab es Frauen, die vielleicht ein Jahr ausgesetzt haben. Ich habe ja nur die Babyzeit diese sechs Wochen gemacht und bin danach sofort wieder auf Arbeit gegangen. Also ich wollte eigentlich ein Jahr zu Hause bleiben, wurde aber auf Arbeit gebraucht im Kindergarten und habe dann nach zehn Monaten wieder angefangen. Ihre Berufstätigkeit diente den Frauen allerdings nur zum Teil der Selbstverwirklichung. Es war vor allem ein ökonomischer Zwang, weil ein Gehalt zum Leben nicht reichte. Und die Gleichberechtigung der Frau existierte oft nur auf dem Papier. Da kommt natürlich sofort der Pferdefuß, den man immer mit nennen muss, dass die DDR trotz alledem ein ausgesprochen patriarchalischer Staat blieb. Also eine Herrschaft der alten Männer, eine Gerontokratie, Herrschaft der Greise. Und vieles, was zwar politisch proklamiert war, hat sich im Alltag auch so überhaupt nicht durchgesetzt. Die Doppelbelastung durch Beruf, Haushalt und Erziehung erschwerten die berufliche Karriere von Frauen. Rund 90 Prozent der Frauen in der DDR waren zwar berufstätig, doch nur etwa neun Prozent saßen in Führungspositionen. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Ich binde meine Schürze um und feg die Stube aus. Das Essen kochen kann ich nicht, dafür bin ich zu klein. Dieses DDR-Lied kannte wohl jedes Kind. Natürlich blieben die Kleinen nicht allein zu Hause, wenn die Mutter arbeiten ging. In der DDR gab es das dichteste Netz von Kinderkrippen in ganz Europa. 80 Prozent aller Dreijährigen hatten einen Krippenplatz. Also die Kinder, würde ich sagen, die haben keinen Schaden gehabt, indem sie in Kinderkrippen aufgewachsen sind. Die Betreuung war gut, die Kinder haben da was gelernt. Sie waren unter guter Aufsicht. Für berufstätige Frauen war die Betreuung ihrer Kinder zwar eine Entlastung, die Kehrseite aber war die politische Instrumentalisierung der Kleinen. Ich stand mal auf die Straße. Der Staat bekam über diese massive Kinderbetreuung sehr früh Einfluss auf die Kinder. Unterordnung unter das Kollektiv war einer der großen Erziehungsziele. Erziehungsziele, aber darüber hinaus natürlich auch Erziehung zur Liebe zum Staat, Erziehung zur Liebe zu den Staatsführern. Da müssen die im Kindergarten oder in der Kinderkrippe, weiß ich jetzt nicht mehr, wahrscheinlich mal über Erich Honecker gesprochen haben. Jedenfalls stand ich mit der an der Bushaltestelle, wollte mit ihm nach Hause fahren. Auf einmal fängt er da an. Wie Krippe und Kindergarten gehörte auch das Ferienlager ganz selbstverständlich zur Kindheit in der DDR. Für viele war es die schönste Zeit des Jahres. Sommerurlaub in den Ferienlagern der Republik. Das Besondere war, dass man weg von der Familie ist und einfach mit ganz vielen Kindern an Urlaub gemacht hat sozusagen. Ich kann mich noch ans erste Mal erinnern, rote Haare, Sommersprossen und Brille hatte ich auch schon. Da wurde ich ganz schön gehänselt. Da wollte ich eigentlich in den ersten zwei Tagen nach Hause. Dann habe ich mich aber dann über Tischtennis zum Beispiel durchgeboxt. Dann hat man halt vielleicht auch Freundinnen für länger gefunden, zumindest für die Zeit. Man hat neue Jungs zu Gesicht bekommen, das war auch toll. Also es gab einen ganz bestimmten Spruch, den ich immer aus dem Ferienlager nach Hause geschickt habe. Also der war so ein Vierzeiler und zwar ging der, liebe Eltern und Geschwister, dass sich Geld braucht, ja das wisst ihr, verkauft den Katze und, nee Moment, verkauft die Katze und den Hund, schickt das Geld und bleibt gesund. Das habe ich immer geschrieben, auf eine Postkarte, jedes Jahr. Es war einfach toll, wenn du ein Päckchen oder Post ins Ferienlager kriegst, ja, und dann irgendwelches Naschzeug oder mal fünf Mark oder so, um dir halt ein Eis kaufen zu können im Schwimmbad. Jeder größere DDR-Betrieb hatte für die Kinder seiner Angestellten Ferienlager eingerichtet. An der Ostsee, ebenso wie im Harz oder im Thüringer Wald. Marion Kirschner, damals Pädagogikstudentin, fuhr häufig als Betreuerin mit. Es war Urlaubsstimmung und wir haben natürlich dafür gesorgt, weil wir das gerne wollten, dass die Kinder gut Ferien machen konnten. Also wir haben sehr viel organisiert für die Kinder. Ja, das ging mit Nachtwanderungen los, wo ein paar Spukeinlagen mit organisiert wurden, Neptunfeste wurden gemacht. Der Neptun, der hatte Hescher und diese Hescher, die waren dann immer dafür da, denjenigen, der jetzt getauft werden sollte, halt zu ergreifen und zu Neptun zu bringen. Und vor Neptun musste man dann halt sich sozusagen, musste man sozusagen Reue zeigen. Und einmal habe ich es halt tatsächlich geschafft, dann auch getauft zu werden. Seegurke, Drehrum, bumm bin ich gewesen. Das waren so Fantasienamen, die in irgendeiner Form mit Wasser in Verbindung standen. Kleine Fluchten aus dem Alltag. Der Kleingarten war bei vielen DDR-Familien heiß begehrt. Mit vier Familienmitgliedern auf maximal 60 Quadratmetern im Plattenbau war es ganz schön eng. Wer dann einen dieser Gärten abbekam, konnte sich glücklich schätzen. Meine Tanten pflegten den Schrebergarten. Solange ich denken kann, war die Familie im Schrebergarten versammelt, sobald das Wetter schön war. Dort wurde getrunken, gegessen, das, was im Garten wuchs, dort wurde gespielt. Der Garten war eigentlich so ein Kleinod, eine kleine Welt. Die Laube war dann eben auch gerade so das Symbol der späten DDR, also der Punkt, wo man ruhig und friedlich leben kann. Zu DDR-Zeiten war es eben so das Stückchen, wo man zurückgezogen sein konnte, ohne dass irgendwas auf den Zeiger ging. Also ich sag jetzt mal so auf politischer Schiene. Der Garten war ein abgeschlossenes Refugium. Und das war also ein Gartenbesitzer ins Erststückland. Und da war Ruhe. Aber so ein Kleingarten hatte auch noch einen ganz praktischen Vorteil. Der zweite Aspekt für den Kleingarten war natürlich das Anbauen von Obst und Gemüse. Denn in der DDR gab es ja nicht allzu viel. Speziell im Winter also hat man angebaut, ich kenne das noch von meinem Vater, da gab es in dem Garten kein Stück Wiese. Da war alles Bohnen, Tomaten, was eben so angebaut wurde. Und das wurde nach der Ernte sofort konserviert, eingeweckt. In der Kaufhalle oder im Gemüseladen, da gab es Möhren, Zwiebeln, Rotkraut und Weißkraut. Auch noch kurz vor 18 Uhr. Im Garten meiner Tante gab es Erdbeeren, Johannisbeeren, Äpfel, Birnen, Rhabarber. Also das war eine regelrechte Familienfetaminbar und die haben wir auch genutzt. In den 70er Jahren trugen Kleingärten zur Versorgung der Bevölkerung bei. Ein schöner Garten ist ein ertragreicher Garten, lautete das Motto. Kleingärtner lieferten ihr Obst und Gemüse immer häufiger an die Aufkaufstellen der staatlichen Läden, HO und Konsum und erweiterten damit das ansonsten recht übersichtliche Angebot. Sauerkirchen war so ein begehrtes Obst, das wurde für 3,40 Euro aufgekauft und dann für 1,70 Euro weiter, also wieder an den Kunden weitergegeben. Und das war natürlich dann sehr begehrt. Das wie gesagt, da hat man natürlich, wenn man einen richtigen Sauerkirchbaum gehabt hat, hat man natürlich da ordentlich Geld verdienen können. Also da war eben wirklich montags ein Mitarbeiter nur, sich um den ganzen Aufkauf gekümmert. Der war bestimmt den ganzen Tag beschäftigt, weil dann die ganzen mit Handwaren und was weiß ich. Das waren auch größere Mengen, jetzt nicht bloß so kleine Sachen. Die DDR. Für Millionen Deutsche ist sie heute Vergangenheit. Es gab Unrecht und Willkür, Zwang und Verrat. Aber für viele Menschen gab es auch die kleinen Nischen des Glücks, der Freude und einer glücklichen Kindheit. Unsere Welt damals, die war irgendwo kleiner. Es war alles überschaubar. Es war alles, es war viel staatlich geordnet. Man hat sich mit seinen Gegebenheiten engagiert, abgefunden und hat das Beste draus gemacht. Ich fand auch gut, dass ich eine wirklich friedliche Revolution erlebt habe. Aber das treibt mir dann heute noch so ein bisschen die Tränen in die Augen, wenn ich die Bilder sehe. Weil ich dann wirklich das Gefühl hatte, dass diese Menschen, die in der DDR gelebt haben, zu großen Teilen mit wachem Verstand ausgestattet worden sind. Ich bin froh, dass ich groß geworden bin in der DDR und ich bin froh, dass ich groß sein darf in diesem Staat. Die deutschen Feriengästen vorbehalten. Viele DDR-Urlauber fühlten sich im Ausland wie Gäste zweiter Klasse. Die harte D-Mark zählte in den sozialistischen Bruderländern mehr als die DDR-Alu-Chips. In Ungarn, so Gaststätten oder Restaurants, da standen die Kellner vor und die konnten uns nicht unterscheiden von den Westdeutschen und haben dann einfach frech gefragt, ne, D-Mark? Und nein, dann blieben wir draußen. Sicher haben die DDR-Leute, wenn sie Urlaub gemacht haben, immer das Gefühl gehabt, dass Westdeutsche, die am Ballaton Urlaub machten, die Könige waren. 18 Tage Urlaub standen jedem DDR-Bürger im Jahr zu. Und die schönste Zeit des Jahres ging schnell vorbei. Eine Zeit, in der man ausbrechen konnte aus dem eintönigen, ideologisch geprägten Alltag. Die Gesellschaft bombardierte den Einzelnen ständig mit Anforderungen. Politischer, ideologischer, gesellschaftlicher Art. Gerade wer irgendwie ein kleines bisschen Karriere machen wollte, von dem wurde das erwartet, dass er dies macht und jenes macht. Parteiarbeit, ehrenamtliche Tätigkeiten in diversen Organisationen und Sportgemeinschaften. In einer sonst überorganisierten Gesellschaft bot die Familie emotionale Geborgenheit. Auch für Familie Bosse aus dem thüringischen Nordhausen hatte das Privatleben höchste Priorität. Ich bin ja nun in der Zeit groß geworden. Wir sehen da auch nichts Besonderes. Das war eine ganze Selbstverständlichkeit, dass eine Familie leben da, dass Kinder da waren, dass man zusammenhielt. Das war eigentlich nicht das Gefühl, was jetzt hinterfragt werden muss oder so. Das waren alles Selbstverständlichkeiten. Das hat sich auch bis heute erhalten. Unsere Familie, wir treffen uns sehr oft und ich muss sagen, wir haben ein gutes Zusammenhalt. Warte, da müssen die auch noch nicht drauf. Ach, das ist doch. Der heute 88-jährige Karl Heinz hat die Familie sein Leben lang gefilmt. Vor allem private Ereignisse hat er auf 8mm Kamera festgehalten. Die Bosses standen für das DDR-Familienideal. Ein Ehepaar und zwei Kinder. Doch während der SED-Staat versuchte, die Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten zu formen, erzogen Karl Heinz und Hildegard ihre Kinder mit viel Nachsicht. Ich erinnere mich eigentlich sehr gerne an meine Kindheit. Und meine Eltern waren eigentlich auch so offen, dass ich auch oft Kinder mit in die Wohnung nehmen durfte. Und so langeweile gab es eigentlich bei uns nicht. Was ich noch hervorheben möchte, was ich Ihnen erinnere. Zwischen beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Die hält bis heute, 30 Jahre später. Die Bilder aus alten Tagen lassen so manche Erinnerungen wieder aufleben. Wie du damals ausgesehen hast. Nach 30 Jahren, wow. Nach 30 Jahren. Ja, nee, es waren lustige Zeiten, ne. Bisschen einen Hauch von Freiheit. Ich hab da gesagt, Jana, wenn du mal 80 wirst und siehst dann die Aufnahmen, wirst du glücklich sein. Na ja, jetzt sind wir ja schon 30 Jahre später. Bin schon glücklich. Jana De Boer zeigte ihren nackten Körper damals gern. Also so ein Schamgefühl in der DDR, fand ich, hatten wir alle nie. Also es war schon ziemlich großzügig im Nachhinein als Erwachsener betrachtend. Und wir waren jung, wir waren verrückt. Klar, wir wollten was erleben und wir durften ja nie raus. Und das war halt so das Einzige, wo wir halt unseren Urlaub verbrachten. Und einfach verrückt sein, wie normale Jugendliche in dem Alter halt so waren. Seine Nacktfilme machten Helmut Pöschel schließlich in der gesamten Republik berühmt. Und es sprach sich rum, dass wir solche Filme haben. Unser Programm hieß damals Schönheit, Sex, Satire. Und man hat dann Hackebäder bestellt, ein Fassgurken und Brot und Brötchen. Und dann sah man die Filme und noch ein Kasten Bier. Und das war so eine kulturelle Veranstaltung, ob das nun in der LPG war oder in irgendeinem Betrieb. Anfang der 60er Jahre war es noch verpönt, sich hüllenlos am Strand zu zeigen. Es gab sogar ein offizielles Nacktbadeverbot der Volkspolizei. Doch das änderte sich. 1978 waren entlang der Ostseeküste zwischen den Inseln Pöhl und Usedom über 50 Kilometer für die Freunde der Freikörperkultur freigegeben. Es war so ein bisschen die kleine Freiheit, die der Staat wohl geduldet hat, um den Leuten die ganz große Freiheit, die wirkliche politische Freiheit enthalten zu können. Ja, das war das Glück des Sommers, denke ich mal. An die Ostsee sind sie fast alle gefahren. Da waren wir dann relativ frei und frei von Zwängen. Das hat sich dann wahrscheinlich auch im FKK halt wiedergespiegelt. Ja, aber es war halt eine Ecke, wo man sich auslassen konnte. Wir sind so geboren. Der Herrgott hat uns so geschaffen. Und wir haben nichts zu verbergen. Und deswegen, ich mag das nach wie vor. Ich finde FKK geil. Sehr schnell. Man hat Vorteile bekommen, aber scheiden ging noch schneller. Das war eine halbe Stunde nach dem Gericht. Dann musste man, glaube ich, 150 Mark damals bezahlen, Ostmark und dann war alles erledigt. Ja, die DDR hat ein sehr modernes Familienrecht, was auch ein sehr modernes Scheidungsrecht beinhaltete. Also zum einen war es für Frauen sehr leicht, sich von Männern zu trennen. Und das war ja in den 60er und 70er Jahren im Westen durchaus nicht gesellschaftlicher Standard. Zum anderen kostete eine Ehescheidung auch nicht allzu viel. Leicht wurde den jungen Paaren auch das Kinderkriegen gemacht. Seit 1972 zahlte der Staat bei der Geburt jedes Kindes eine Beihilfe von 1000 Mark. Das war eine staatliche Maßnahme zur Förderung des Kinderkriegens. Also die DDR machte sich natürlich zunehmend Sorgen, dass, wie es ja heute auch der Zustand ist, dass viel zu wenig Kinder geboren werden. Und dass man in Zukunft mal zu wenig Werktätige hat und zu wenig Soldaten der Nationalen Volksarmee. Und da hat man das eben mit solchen Maßnahmen zu befördern gesucht. Es hat auch funktioniert. Frauen konnten seit 1976 für das zweite Kind ein bezahltes Babyjahr nehmen. Und die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz wurde garantiert. Viele junge Mütter nutzten die soziale Sicherheit. Als ich damals meinen Sohn bekam, ich war 21, im Krankenhaus, die Frauen, mit denen ich zusammen war, die waren im Durchschnitt 17, 18, 19 beim ersten Kind. Ich war 21, ich weiß das noch, ich war die Älteste. Auf der Wochenstation. Die junge und vor allem werktätige Mutter war das sozialistische Frauenideal. Manche Frauen kehrten schon sechs Wochen nach der Entbindung wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Einfach Hausfrau sein, das gab es in der DDR so gut wie nicht. Und Hausfrauen wurden auch als etwas dümmlich zurückgebliebene, eingeschüchterte Wesen dargestellt, die also nichts mit einer selbstbewussten, modernen Frau gemein hatten. Das war einfach so. Man hat nicht drüber nachgedacht, ob man jetzt zu Hause bleiben wollte oder sollte. Natürlich gab es Frauen, die vielleicht ein Jahr ausgesetzt haben. Ich habe ja nur die Babyzeit diese sechs Wochen gemacht und bin danach sofort wieder auf Arbeit gegangen. Also ich wollte eigentlich ein Jahr zu Hause bleiben, wurde aber auf Arbeit gebraucht im Kindergarten und habe dann nach zehn Monaten wieder angefangen. Ihre Berufstätigkeit diente den Frauen allerdings nur zum Teil der Selbstverwirklichung. Es war vor allem ein ökonomischer Zwang, weil Eingehalt zum Leben nicht reichte. Und die Gleichberechtigung der Frau existierte oft nur auf dem Papier. Dieser Ehekredit konnte, wenn Kinder geboren worden sind, dann sogar abgekindert werden, wie es hieß. Also pro Kind bekam man Geld aus diesem Ehekredit erlassen und nach dem dritten Kind sozusagen war der Ehekredit dann abgekindert und musste nicht mehr zurückgezahlt werden. Geheiratet wurde meist ohne großen Firlefanz auf dem Standesamt. Das weiße Brautkleid aber durfte trotzdem nicht fehlen. Es war jetzt, als ich 1984 geheiratet habe, gab es noch zwei Hochzeitskleider zur Auswahl. Nimmst du das oder das? Die waren alle beide blöd aus. In dem Film, die Legende von Paul und Paula, wird ja auch eine kurze Hochzeitszeremonie mit meiner ersten Frau, mit der Wenzel, gezeigt. Das war würdiger als meine eigene Hochzeit. Also wenn wir da aus der Kirche rauskamen und Blumen und die ganzen Rituale, die eine Frau sich vielleicht wünscht. In der DDR war das bei mir, bei der Hochzeit und meiner Frau ganz spartanisch. Also die Hochzeitsfeier, nachdem diese jämmerliche Standesbeamtenzeremonie da absolviert war, sind wir dann zu Hause in diese anderthalb Zimmerwohnung meiner Mutter gegangen. Und da war es auch ziemlich jämmerlich, weil ich glaube nur sechs oder sieben Gäste, Kollegen von mir eingeladen waren. Es war nichts Besonderes. Es war ganz jämmerlich eigentlich. Also ich geniere mich heute noch dafür. Aber so war es nun mal. So schnell und unbürokratisch, wie man sich in eine Ehe stürzen konnte, kam man auch wieder heraus. Die DDR war Scheidungsweltmeister. 1980 wurden rund 31 Prozent aller Ehen geschieden. Während Karl-Heinz und Hildegard Bosse seit über 50 Jahren verheiratet sind, brauchte Sohn Gerd drei Anläufe, bis er die richtige fand. Und er weiß, wie einfach eine Scheidung in der DDR war. Er war ja auch. Ja. Heiraten ging sehr schnell, man hat Vorteile bekommen, aber scheiden ging noch schneller. Das war eine halbe Stunde auf dem Gericht. Dann musste man, glaube ich, 150 Mark damals bezahlen, Ostmark und dann war alles erledigt. Ja, die DDR hat ein sehr modernes Familienrecht, was auch ein sehr modernes Scheidungsrecht beinhaltete. Also zum einen war es für Frauen sehr leicht, sich von Männern zu trennen. Und das war ja in den 60er und 70er Jahren im Westen durchaus nicht gesellschaftlicher Standard. Zum anderen kostete eine Ehescheidung auch nicht allzu viel. Leicht wurde den jungen Paaren auch das Kinderkriegen gemacht. Seit 1972 zahlte der Staat bei der Geburt jedes Kindes ein. Und das finde ich das Schlimmste, was man Kindern antut, eine Doppelzüngigkeit anzuerziehen. Getreu unserem Gruß bin ich für Frieden und Sozialismus immer bereit. Welt scheint die Sonne und leicht ist unser Schriech. Wo ist der Schlag unserer Herzen? Zieht doch die Freude. Kaum ein DDR-Kind konnte dem Sozialismus entfliehen. Gleich in der ersten Klasse musste es in die staatliche Pionierorganisation eintreten. Jetzt gehörten blaues Halstuch und Fahnenappell der jungen Pioniere ebenso zum Schulalltag wie Pioniernachmittage. Auch bei der liberal eingestellten Familie Bosse war das nicht anders. Als unsere Kinder dann so alt gewesen sind, naja, dann war das auch so, da sind die eben alle Pioniere geworden. Und das weiß man ganz genau, als meine Tochter Pionierin geworden ist, da hat sie in ihr Tagebuch geschrieben. Sie war eben ganz gut in der Schule und hat dann geschrieben, heute war ein besonders schöner Tag, ich durfte die Fahne anfassen. Die dahinterliegende politische Absicht, nämlich Kinder frühzeitig an den Start zu binden, das ist für viele Kinder, glaube ich, gar nicht so offensichtlich gewesen. Man singt gemeinsam, man bastelt etwas gemeinsam, man macht etwas gemeinsam und das gibt ja auch ein schönes Gefühl. Das war das mit dem blauen Halstuch, das war ganz toll, da war man ganz stolz, also ich war ganz stolz. Ich hatte auch am allerliebsten Käppi und einen Pionierrock gehabt, aber das haben meine Eltern mir versagt, weil die halt irgendwie nicht die beste Einstellung zu diesem System hatten. Also an Fahnappelle kann ich mich erinnern, aber auch nur, weil ich am 16.4. Geburtstag habe und das war der Geburtstag von Ernst Thelmann. Und da gab es natürlich früher immer Appell. Und da wurde ich ihm oft vorgerufen. Am Anfang war das doch schon ganz cool, vor die ganze Schule zu treten und mit Ernst Thelmann Geburtstag haben. Heute erinnert sich da keiner mehr dran. Also jeder Mensch in der DDR kennt, glaube ich, das Lied Soldaten sind vorbeimarschiert in gleichem Schritt und Tritt. Wir Pioniere kennen sie und laufen fröhlich mit. Also das hat sich eingefräst und ich kann aber trotzdem sagen, dass wir das nie ernst genommen haben. Also auch als Kinder, wir haben das immer irgendwie, haben gedacht, ja, hey, das singen die jetzt alle und da singen wir eben mit. Aber es ist tief drin im Hinterhirn, aber ernst genommen habe ich das wirklich nie. Ich bin ja nun in der Zeit groß geworden. Wir sehen da auch nichts Besonderes. Das war eine ganze Selbstverständlichkeit, dass eine Familie leben da, dass Kinder da waren, dass man zusammenhielt. Das war eigentlich nicht das Gefühl, was jetzt hinterfragt werden muss oder so. Das waren alles Selbstverständlichkeiten. Das hat sich auch bis heute erhalten. Unsere Familie, wir treffen uns sehr oft. Und ich muss sagen, wir haben ein gutes Zusammenhalt. Warte, dann müssen die auch noch nie drauf. Ach, das ist es doch. Der heute 88-jährige Karl Heinz hat die Familie sein Leben lang gefilmt. Vor allem private Ereignisse hat er auf 8mm Kamera festgehalten. Die Bosses standen für das DDR-Familienideal. Ein Ehepaar und zwei Kinder. Doch während der SED-Staat versuchte, die Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten zu formen, erzogen Karl Heinz und Hildegard ihre Kinder mit viel Nachsicht. Ich erinnere mich eigentlich sehr gerne an meine Kindheit. Und meine Eltern waren eigentlich auch so offen, dass ich auch oft Kinder mit in die Wohnung nehmen durfte. Und Langeweile gab es eigentlich bei uns nicht. Was ich noch hervorheben möchte, was ich in Erinnerung habe, dass unsere Eltern sehr tolerant mit uns waren. Auch in der Zeit der Pubertät, als es ein bisschen schwierig wurde und danach. Ich durfte eine Freundin über Nacht mitbringen. Du durftest irgendwie weg. Man hat uns vertraut. Und die haben ins Kino geschickt. Wir haben Party gefeiert. Das war eigentlich damals, das wäre vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Das durften nicht alle. Aber wir haben es auch, das Vertrauen gerechtfertigt. Natürlich war die Familie in jeder Beziehung auch ein Rückzugsraum, ein Fluchtpunkt, ein Refugium für die Einzelnen. Und ein wesentlicher Punkt eben dieses berühmten Rückzugs ins Private. Das ist auch einer der Punkte, warum sich die Menschen heute so gerne an die DDR erinnern. Man gestaltete in sich dieses Familienleben auch sehr, sehr schön. Die Familie bot Geborgenheit und Vertrauen. Hier konnte man offen reden, Meinungsfreiheit, wie es im öffentlichen Leben nicht gab. Ist ja nicht umsonst, dass dieses schöne Lied, die Gedanken sind frei, in der DDR auch so gern gesungen wurde. Es bleiben dabei, die Gedanken sind frei. Das war eine Nische für uns. Und dort konntest du eigentlich Gedanken äußern, die du, wenn du die Tür aufgemacht hast und rausgegangen bist, nicht geäußert hast. Auf jeden Fall war es so, dass meine Eltern mich halt... Die Nächsten dann hinter dir gestanden und gewartet, dass die fertig wurde, denn die wollten ja auch ihre Mahlzeit einnehmen. Man durfte keine großen Ansprüche stellen. Also ich würde sagen, wenn einer von... Na, wollen wir gar nicht sagen, von drüben hier zu uns rüber geht, die hätten sich damit nicht abgefunden. Das wäre nicht geworden für die. Der große Traum der meisten DDR-Bürger war im Urlaub im Ausland. Doch für die meisten blieb es auch einer. Wenn überhaupt, durfte man nur in die sozialistischen Bruderländer. Also der Urlaub in Polen, das war schon für uns was Besonderes. Da sind wir 17 Stunden sind wir mit dem Trawand nach Polen gefahren, an die polnische Ostsee. Dementsprechend wie der Verdienst auch war, konnte man sich dann natürlich auch Urlaub in Bulgarien und Rumänien leisten. Man bezahlte damals für Flug und 14 Tage pro Person 1000, über 1000 Ostmark. Und das war natürlich eine stattliche Hausnummer, wenn man bedenkt, dass eine Verkäuferin 390 Ostmark verdient hat. Am Sandstrand in Bulgarien lernte die damals 21-jährige Ilona Lischke Inge aus Düsseldorf kennen. Die machte mit ihrer Ostcousine in Bulgarien Urlaub. Und da kamen wir ins Gespräch mit meiner Freundin. Ja, und so hat sich das dann ergeben. Und somit waren wir die drei Tage zusammen. Meine Freundin hat uns erzählt, es wäre doch ganz nett, wenn wir abends sie besuchen würden in ihrem Hotel und wir ein Säckchen trinken und uns da einfach einen schönen Abend machen. Der Komfort der Westhotels war für Ilona Lischke aus dem Ostharz und ihren damaligen Mann eine ganz neue Erfahrung. Ich war also das erste Mal in einem Westhotel. Die Hotelzimmer waren toll und da war eine tolle große Terrasse. Man hatte also vom Zimmer aus einen Blick aufs Meer. Ja, wir in unserem Bungalow. Das war natürlich sehr einfach eingerichtet und da standen zwei Nachtschränkchen und zwei Betten. Zum Schlafen hat es gereicht. Ich habe das empfunden, wie bei uns im Westen Baracken aussehen. Ich hätte so nie Urlaub gemacht. Aber das gab es auch im westlichen Ausland nicht. Solche Dinge. Luxus war den westdeutschen Feriengästen vorbehalten. Viele DDR-Urlauber fühlten sich im Ausland wie Gäste zweiter Klasse. Die harte D-Mark zählte in den sozialistischen Bruderländern mehr als die DDR-Alu-Chips. In Ungarn, also Gaststätten oder Restaurants, da standen die Kellner vor und die konnten uns... Brandt in die Nächte, wir sind die Erden der Arbeit. Also an Fahnappelle kann ich mich erinnern, aber auch nur, weil ich am 16.4. Geburtstag habe. Und das war der Geburtstag von Ernst Thälmann. Und da gab es natürlich früher immer Appell. Und da wurde ich ihm oft vorgerufen. Am Anfang war das doch schon ganz cool, vor die ganze Schule zu treten und mit Ernst Thälmann Geburtstag haben. Heute erinnert sich da keiner mehr dran. Also jeder Mensch in der DDR kennt, glaube ich, das Lied. Soldaten sind vorbeimarschiert in gleichem Schritt und Tritt. Wir Pioniere kennen sie und laufen fröhlich mit. Also das hat sich eingefräst und ich kann aber trotzdem sagen, dass wir das nie ernst genommen haben. Also auch als Kinder, wir haben das immer irgendwie, haben gedacht, ja, hey, das singen die jetzt alle und da singen wir eben mit. Aber es ist tief drin im Hinterhirn, aber ernst genommen habe ich das wirklich nie. Aus Pionieren wurden schließlich Mitglieder der Freien Deutschen Jugend, kurz FDJ. Mit 14 Jahren trat man der staatlichen Massenorganisation bei. Doch mit der Pubertät verschoben sich oft auch die Interessen der Jugendlichen. Was bei den Pionieren noch Spaß machte, nervte viele in der FDJ. Das FDJ-Leiter-Sein hat mir schon ein bisschen gestunken, weil wir gezwungen waren, irgendwelche Demonstrationen mit dem Blauhemd zu absolvieren. Und das haben wir uns dann irgendeine Stofftüte mitgenommen zur Demonstration. Und kurz bevor wir uns dann an dem Sammelpunkt trafen, haben wir das angezogen. Und kaum war die Demonstration zu Ende, haben wir es wieder eingepackt und so. Einige. Ich habe mich geniert für dieses Ding. Ich erinnere mich, ich hatte mal eine Jeans so zerschnitten und mir zerfetzt. Und habe zu dieser Jeans, zu einem Fahnenappell, halt die FDJ-Bluse dann angezogen. Und der Direktor hat mich nach Hause geschickt und hat gesagt, ich soll mir eine ordentliche Hose anziehen. Das ist unter aller Sau. Und ich musste gehen und musste mir eine ordentliche Hose anziehen. Und der hat es dann echt auch kontrolliert. Trotz Kontrolle und Zwang, die meisten Jugendlichen traten ganz automatisch ein. Und in die FDJ einzutreten, hat irgendwie dazugehört. Ich bin Jahrgang 66 und ich war bestimmt nicht irgendwie der Revoluzzer. Ich war immer sehr kritisch und habe versucht, habe das FDJ-Temd auch nie gern angezogen. Aber ich wollte studieren. Ich wollte meinen Weg gehen. Und da habe ich mir gedacht, machst du das mal mit. Zum Essen zu kommen. Wir haben also wirklich unser Zimmer am anderen Ende des Ortes bekommen. Naja, wir waren, wir haben uns nicht schon um fünf an das Abendbuffet angestellt. Wir sind dann erst um sechs oder halb sieben gekommen. Dann haben wir immer nur die Reste bekommen. Was vielleicht noch kuriöse war, diese Verpflegung. Das war ja alles organisiert in zwei Durchgängen. Also du hattest dort wirklich feste Essenszeiten. Und wehe, du warst dort nicht da, du warst noch in der ersten Belegung. Da haben schon die Nächsten dann hinter dir gestanden und gewartet, dass die fertig wurden. Denn die wollten ja auch ihre Mahlzeit einnehmen. Man durfte keine großen Ansprüche stellen. Also ich würde sagen, wenn einer von, na wollen wir gar nicht sagen, von drüben hier zu uns rüber geht, die hätten sich damit nicht abgefunden. Das wäre nicht geworden für die. Der große Traum der meisten DDR-Bürger war im Urlaub im Ausland. Doch für die meisten blieb es auch einer. Wenn überhaupt durfte man nur in die sozialistischen Bruderländer. Also der Urlaub in Polen, das war schon für uns was Besonderes. Da sind wir 17 Stunden sind wir mit dem Trabant nach Polen gefahren, an die polnische Ostsee. Dementsprechend wie der Verdienst auch war, konnte man sich dann natürlich auch Urlaub in Bulgarien und Rumänien leisten. Man bezahlte damals für Flug und 14 Tage pro Person 1000, über 1000 Ostmark. Und das war natürlich eine stattliche Hausnummer, wenn man bedenkt, dass eine Verkäuferin 390 Ostmark verdient hat. Am Sandstrand in Bulgarien lernte die damals 21-jährige Ilona Lischke Inge aus Düsseldorf kennen. Die machte mit ihrer Ostcousine in Bulgarien Urlaub. Und da kamen wir ins Gespräch mit meiner Freundin. Ja, und so hat sich das dann ergeben. Und somit waren wir die drei Tage zusammen. Meine Freundin hat uns erzählt, es wäre doch ganz nett, wenn wir abends sie besuchen würden in ihrem Hotel und wir ein Säckchen trinken und uns da einfach einen schönen Abend machen. Der Komfort der Westhotels war für Ilona Lischke aus dem Ostharz und ihren damaligen Mann eine ganz neue Erfahrung. Ich war also das erste Mal in einem Westhotel. Die Hotelzimmer waren toll und da war eine tolle große Terrasse. Man hatte also vom Zimmer aus einen Blick aufs Meer. Ja, ja, wir in unseren Bungalow, das war natürlich sehr einfach eingerichtet und da standen zwei Nachtschränkchen und zwei Betten. Zum Schlafen hat es gereicht. Ich habe das empfunden, wie bei uns im Westen Baracken aussehen. Die Ostseeküste zwischen den Inseln Pöhl und Usedom über 50 Kilometer für die Freunde der Freikörperkultur freigegeben. Es war so ein bisschen die kleine Freiheit, die der Staat wohl geduldet hat, um den Leuten die ganz große Freiheit, die wirkliche politische Freiheit enthalten zu können. Ja, das war das Glück des Sommers, denke ich mal. An die Ostsee sind sie fast alle gefahren. Da waren wir dann relativ frei und frei von Zwängen. Das hat sich dann wahrscheinlich auch im FKK halt wiedergespiegelt. Ja, aber es war halt eine Ecke, wo man sich auslassen konnte. Wir sind so geboren, der Herrgott hat uns so geschaffen und wir haben nichts zu verbergen. Und deswegen, ich mag das nach wie vor, ich finde FKK geil. Auch am FKK, das sind ja nicht unbedingt Schönheiten, die da rumgelaufen sind, die in ihrem vollen, mit allem Drum und Dran. Aber ich fand das, ich fand das toll. Doch nicht alle fanden am Nacktsein gefallen. Ach, ich fand das ganz schrecklich. Ich habe irgendwie, ich habe, erstens, wir waren befreundete Familien, da waren halt zum Beispiel, waren da auch Jungs dabei. Und desto halbwüchsiger man wird, desto weniger will man sich halt den Jungs aus den anderen Familien natürlich nackig zeigen. Aber ich habe sowieso irgendwie immer ein Problem gehabt mit diesem nackig da rumrennen und nackig Volleyball spielen und nackig auf dem Surfbrett stehen. Also meine Eltern haben diese FKK-Bewegung mitgemacht, ja. Also ich nicht so. Mir wuchsen gerade Haare unten und man war in der Pubertät und sie waren der Meinung, ich müsste doch jetzt offen und frei sein. Und mein Vater hat mir die Badehose damals ausgezogen im Wasser. Und ich erinnere mich, dass ich also mindestens zwei Stunden im Wasser war und meine Eltern draußen saßen und immer gerufen haben, komm doch raus, komm doch raus, ich schäme dich nicht. Aber ich war im Wasser und war so lange drin, bis sie mir die Badehose wieder reingeschmissen haben und ich dann mit Badehose rausgekommen bin. Wir waren auch als Sportler da in Trainingslagern dann am FKK. Da haben dann die Skispringer da am Strand ihre nackt ihre Dehnungsübungen gemacht und so weiter. Und da stehen natürlich dann auch die Zuschauer dann zum Teil ein bisschen rum und gucken da, wie Skispringer breitbeinig im Sand stehen.